Die Ballgäste draußen auf dem Theaterplatz. Hallo und herzlich willkommen! Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Theaterplatz. Wir wollen heute hier draußen, dass wir es nicht nur feilen, sondern wir wollen natürlich auch Musik machen. Drinnen die sächsische Staatskapelle, die wird von Arscherlisch und hier draußen das Luftballon-Orchester. Hier wird von Deutschland der vollzeitige Vorweiter Gotti Fischer. Herzlich willkommen! Gleich werden wir 1.000 Luftballons in den Langsimmelschweben. Dresden grüßt den Rest der Welt, bei dieser Luftkostradio dranhängen, wird zur Einsatzkarte für den Semper-Hochernball im nächsten Jahr. Zwar die mit der breitesten Reise. Wir sind wirklich gespannt, von wo aus Sie uns die Taten dann zurückschicken werden. Jetzt geht es los! Trotzdem, sind Sie bereit? ASKO FISH! 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 So brauchen wir dieses Stück, weil es hättest du in der Aspekte gespielt, mein Zahmerhör. Vielen, ganz vielen Dank, ihr Meister, und jetzt mal vielen Dank und ihr wünscht. Die größte Möte von der Sons-Männer aus Italien oder Spanien, nicht unbedingt aus Deutschland. Beste Wahlgeber der technischen Erziehung des Jahres ist wirklich in unserer Zeit die Welt Nummer 1. Und da in Mayans und der Fettkirche, auf Deutschland bei uns, der eine Sterne spielt, das andere. Und wir haben heute Abend auch meine Damen und Herren, Jonas Kaufmann.